Servus und grüße Sie zu einer neuen Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitz Arena. Zugegebenermaßen tat sich der Sommer bisher sehr schwer, doch in dieser Woche wird alles anders. Wir haben nicht nur den kalendarischen Sommerbeginn am 21. Juni, also am Dienstag, sondern auch das Wetter. Es dreht voll auf Sommer, ach was sage ich, auf Hochsommer mit viel Sonne und einzelnen Wärmegewittern, die ja bekanntermaßen zum Sommer dazugehören. Und sommerliche Allüren gab es schon. Die Livecam Zugspitz Golfplatz zeigt erst einmal dieses satte grünen Dank des Regens der letzten Zeit. Dann kriegen wir auch noch ideales Wanderwetter in der nächsten Zeit und viel, viel blauen Himmel und der Schnee zieht sich auf die Zugspitze zurück. Und am Dienstag überqueren uns ein paar lockere Wolkenfelder, die gehören zu einer Warmfront. Und wie der Name Warmfront schon sagt, blitzt dahinter wärmer. Es kommt Mittelmeerluft, die Temperaturen steigen in Wehrwang auf 16 in Erwald und Lermus auf 19 Grad. Fühlt sich aber alles schon wärmer an. Es wird sogar ganz leicht schwül und auf der Zugspitze überschreiten wir die Null-Grad-Marke. Am unkompliziertesten lassen sich die Tage in der Tiroler Zugspitz-Arena mit dem Z-Ticket planen. Das Erlebnisticket ist von drei bis 13 Tagen erhältlich. Es bietet 13 Inklusivaktivitäten und zehn Ermäßigungspartner. Und damit genießt man jede Menge vergünstigsten Urlaubsspaß. Eine Fahrt beispielsweise auf den Gipfel der Zugspitze oder ein Schiffsausflug auf dem Haiterwanger See. Die längste Sommerrodelbahn Tirols oder der Mountainbike-Downhill-Park in Lermus. Familien freuen sich über freien Eintritt für zahlreiche Badeseen und Schwimmbäder. Und das werden sie brauchen. Adrenalin-Junkies dürfen von den Monsterrollern in Biberwir oder Bichelbach begeistert sein. Und Achtung, noch bis zum 28. Juni gibt es das Z-Ticket bei Buchen von mindestens sieben Übernachtungen zu einem reduzierten Sonderpreis. Und gänzlich umsonst gibt es das Traumwetter, das kommt mit viel, viel Sonnenschein am Mittwoch und 25 Grad. Gegen Abend kann es aus dem Wetterstein vereinzelt mal ein Wärmegewitter geben. Das Risiko ist zwar da aber doch recht gering und am Donnerstag kriegen wir ohnehin einen Traumtag. 30, 31 Grad, denken Sie dran. Das Z-Ticket für die Badeseen und die Freibäder, das werden Sie am Freitag auch noch brauchen. Gegen Abend gibt es aus den Bergen heraus einzelne Gewitter. Wer mit dem Z-Ticket in der Tiroler Zugspitz-Arena unterwegs ist, besucht natürlich auch die Zugspitze. Eine Berg- und Talfahrt ist im Z-Ticket inkludiert. Majestätisch thront die Zugspitze über den Bergen ringsherum. Neben der tollen Aussicht auf vier Länder und hunderte von 3000er beinhaltet das Z-Ticket auch den Eintritt ins Erlebnismuseum Faszination Zugspitze. Dort erfährt man allerhand über die Erstbesteigung des Berges, den Bau der ersten Bergbahn zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts und kleine Besucher freuen sich außerdem über einige interaktive Stationen und einem 3D-Kino. Das Wetter dazu wird ein bisschen wechselhafter am Wochenende. Wir kriegen tagsüber noch Sonnenschein, aber nachmittags und abends kommen dann Gewitter und am Sonntag folgt eine Abkühlung. Am Montag wird es noch ein paar Regen, auf der Zugspitze sogar kurz nasse Schneefälle geben, aber keine Panik. Danach geht es mit dem Wetter wieder aufwärts. Bei uns in der Tiroler Zugspitz-Arena finden Sie alles, was Sie sich wünschen. Vom Wandern über das Mountainbiken, vom Blick über die Zugspitze über das Wettersteinmassiv bis hin zum Baden. Und angesichts der Aussichten mit viel Sonnenschein und Wärme dürfen Sie sich vor allen Dingen auf das Baden freuen. Haben Sie viel Spaß dabei.